Ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play zu Dredge. Was wir vor uns haben, laut zumindest Steam Reviews, ist ein chilliges Fishing Game. Wir werden unser eigenes Boot haben, werden damit auf See uns begeben und Fische fangen. Jedoch, da ist schon mal so ein kleines bisschen voraus, da ist natürlich noch ein kleines bisschen mehr dabei. Wie genau das aussieht, dürfen wir aber mal gemeinsam herausfinden. Wichtig ist, das Spiel ist jetzt vor einem Jahr erschienen und hat glaube ich ein DLC schon herausgebracht und einen weiteren angekündigt. Ich habe aktuell noch keinen von denen und denke auch nicht vorhaben, diese noch mir irgendwie zu holen. Aber weil ich von dem so ein bisschen, was ich gelesen habe, sie sehr kurz sind, nicht wirklich viel Interessantes passiert und dementsprechend sich das eventuell alles nicht lohnt. Vielleicht habt ihr dafür oder dazu noch weitere Meinungen. Auf jetzt einfach legen wir erstmal los. Was sah am Anfang so ein bisschen aus, als wären wir irgendwie in den Wolken unterwegs. Aber nein, das war sehr dichter Nebel. The morning light fills your eyes and you try to sit upright. You're lying on the cold, wet dock where you collapsed the night before. A short man is shouting orders at a handful of walkers disembarking from a boat nearby. The man notices you. Welcome to Greater Merrill. I must say, quite a dramatic first impression. I see you have already introduced yourself to the ragged rocks, jagged rocks along the bay. Did you not see the lighthouse? It was shining right at you. Ah well, I am glad to see our new fisherman upright and breathing. Your boat was hopelessly damaged, but I have had a few of the locals move your things to one of our old vessels. We will catch up later to discuss more details. I will let you get out there to catch some fish. See if you can fill your cargo while you get your bearings in the light. Finally, I don't suppose I need to say this, but get back by sundown before the fog rolls in. Keep a close eye on the time. It can really creep up on you. Okay, da haben wir also schon mal so ein bisschen mitbekommen. Wir haben ein Zeitlimit. Wir sollten das nicht ignorieren. So, Tab. Damit bekommen wir eine Übersicht von unserem Cargo. Und da haben wir schon so einen gewissen Tetris Aspekt, den ich aktuell hier nicht bewegen kann. Okay. Cabin Pursuits. Catch fish for the day. A fresh start. Alles klar. Meet the maim, set me out to catch some fish and find my bearings. Seems nice enough. Warned me about to be back before nightfall. Though, I said something about fog. Bitter dramatic. Genau. Catch fish. Head back. Alles klar. So, wir haben also hier so ein paar Übersichten, die können wir mit Tab erreichen. Move forward with WSAD um zu bewegen. Alles klar. Rotate with the camera. Adjust hide. Alles klar. So, muss ich das ganz kurz zu Ende noch machen. Move to fishing spot. Look for splashes. Press F to start. So, wir haben wieder Cargo auf der rechten Seite. Alles klar. Links. Neu Disturb. Water stock is high. Coastal start fishing with F. Okay, und jedes Mal einfach nur F drücken, wenn es im grünen Bereich ist. A blue mackerel. So, da haben wir place. Rotate. Achso. Und jetzt dürfen wir hier mit dem Tetris anfangen. Okay, sie drücken. Das hatte ich unangenehm mit der deutschen Tastatur. Aber ich sag mal, das kriegen wir hin. Hab ich wirklich daneben geklickt? Wow. So, noch nicht ganz klar, warum ich das wirklich drücken muss. Gerade wenn ich das Gefühl bekomme, das zieht sich automatisch hoch. Aber ich gehe immer davon aus, bei schwereren Fisch wird das dann so ein bisschen offensichtlicher. So, depleted. Dann sagen wir X verlief. Und, ja, steuern ganz simpel den nächsten. Spore expect. A floaty buoy. It serves to mark safe passage past dangerous rocks and obscured hazards. Its dim light also provides a brief respite in the gloom of the night. Mhm. Aha. Whatever that means. You don't have the right equipment for this spot. It's too shallow, scheinbar. Okay. Also, vielleicht müssen wir in der Zukunft mit mehr Equipment rausfahren. Um wirklich an die ausschließend Sachen zu kommen. Okay. Medium disturbed waters. So, und da beginnt natürlich jetzt schon der Spaß. Und Kurt in dem Fall. Der kommt natürlich jetzt gleich in lustiger Haltung. Genau. Aber ich sag mal, noch kriegen wir das hin. Nur, dass das jetzt schon wieder war. Time only advances when you're moving, fishing or taking other specific actions. Auch gut zu wissen. Uh, der Balken sieht schon mal sehr freaky aus. Und da hinten ist irgendwas im Wasser. Ich würde mal sagen, das können wir uns gleich nochmal angucken. Und wieder mal ein Gerader. Lustiger wird nur jetzt diesen einen Platz da einzunehmen, der da. Mh, am liebsten hätte ich jetzt einen, der hier nochmal schräg gehen kann. Aber ansonsten weiterhin Motor und Angel darf ich weiterhin nicht bewegen. Das heißt also, hier müsste man jetzt eigentlich schon genau überlegen, wie man das spielt. Also es wird immer hier. Vielleicht müsste man dann genau das schon so bewegen. Vielleicht müsste man den auch schon anfangen so zu bewegen. Irgend so was. Und das wird natürlich auch ein lustiger Bestandteil dann in der Zukunft. So, low. Vielleicht kriegen wir noch einen hin. Und dann ist schon umdrehen eigentlich gesagt, ey. Ja, depleted. Gut, dann lass uns das Ding da hinten noch mitnehmen. Aber weil es einen ja regelrecht anlacht. Select your light by holding E, then toggle. Ah ja. Spyglass, Froghorn und the light. So, what's this? Collect item death. Okay. Add it to the cabin. Alles klar. Dann würde ich sagen, für uns ist jetzt erstmal nur die Idee, erstmal wieder zurück zu gehen. Denn, ja, da oben, da ist eine gewisse... Achso, das ist das Licht. Oh, that's cute. Ähm, da ist ein Auge. Oh, da glitzert irgendwas. Okay, ich bin mal ganz kurz zu fein. Trau mich da jetzt erstmal noch nicht hin. Aber wir können ja genau hier Tab sagen. Messages. Uh, da ist einiges dabei. 20. August 1927. Morning of the second day of the honeymoon. And our first day proper. Today we are sailing around the islands and inlets at the back of Greater Marrow. I love the rocks here. The layers and colors are so striking. Furthermore, the fishing is relatively poor in these shallows. So I know he will keep his hands on the wheel instead of the rods. He renamed the boat last night Julie. He did a fancy renaming ceremony and everything. I think he took that more seriously than the wedding. Supposedly, it's very important to perform it correctly, lest you want a fortune to follow the vessel. He wanted to throw away everything with the old name on it, but I kept the keychain. Ocean's Riches. What a good name. I think he has prepared a surprise picnic lunch. I can see the basket half hidden, stuffed under a blanket at the front of the cabin. I love it when he tries to be romantic. Moment. Dann können wir auch noch mal, ich weiß nicht, ob ich hier regelmäßig reingucke, aber hier immerhin noch mal eine schicke Übersicht. Okay, da haben wir also die unterschiedlichsten Ecken, wo so das Volcanic schon mal dabei ist. Aha. Aha, the blue mackerel. Practically worthless, but enough to starve of hunger. Und dann hier das Wort aberration schon zu lesen. Hm, okay. Und dann haben wir the court. Plentiful and basic. Just like myself. So, und jetzt einfach wieder zurück? Yes, dock. Oh, muss gut durchtellten, okay. You step onto the dock at Greater Marrow. The mayor is waiting nearby. Ah, I see you've returned in one piece. One piece. Very good. Before you head off to town, we should discuss the matter of your boat. As I mentioned earlier, your old boat was too badly damaged to be repaired. However, I'm more than happy to sell you that replacement vessel yours to own. Undersend, you may not have the necessary funds on hand, so we will consider it alone, but I want to make this easier for you. Until your debt is repaid, a tiny portion of your fish sales will go towards paying it off. A small amount of interest will go towards improving the town. So, to recap, you will need to sell fish to the local market, paying off your debt, and in turn, keep the population fat and satisfied. Selling fish helps the town and pays off my debt. Got it? Ah, yes, das da. Off you go then. Sell those fish, while they're still fresh. Genau, weil da ist nämlich nicht viel mit dabei. Aber ich will trotzdem mal gucken. Für die Bugs müssen wir also hinbekommen. Alles klar. Star-Nicht, man könnte also Sachen hier reinwerfen. Der Pursuit wurde jetzt hier nochmal hervorgehoben. Genau, has asked to sell. So, return to town. And jetzt der Fishmonger. You enter a squallet shack on the fringe of the marketplace. The familiar smell of fish fills the air. Flies buzz haphazardly around. A downcast man behind the counter. You're the new fisherman, eh? You're surprised they found a new one so fast. What happened to the other one? It takes a certain type of person to last out here. It's not a lie for everyone. Anyway, the business. I'll pay you for fish. Bigger and fresher means more money. Some species are just worth more too. Other towns on other islands may pay you differently. But while you have still got a debt outstanding here, I would suggest you work on paying it off first. So, let's see what you've got. So, und dann haben wir die Möglichkeit einzeln anzuklicken und auch Sachen noch auszuwählen. Aber wir haben auch hier einfach F gedrückt halten. Okay, und damit haben wir 123 davon bekommen, weil der Rest wiederum an den Loan, an die Loanabzahlung gemacht worden ist. So, das ist auch hier schon zu sehen. Da sind so ein paar weitere Sachen angezeigt. Die wären wo also irgendwann noch relevant. Ebenfalls hier oben. Damage. Okay. The mayor is standing outside the fishmonger's storm. Excellent work. I have no doubt you will be able to provide for this town. Okay. I found this down by the dogs. I'm sure someone like you could make something out of it. Why don't you take it? You must take these. Research parts. A curious-looking component could be used to develop new equipment, but would need some investigation at the dog first. Okay. Da. Oh, one last thing. Our local shipwright mentioned she might be able to make some modification to your ship. You should pay her a visit. Okay. Here is Research of Esmerd Norton. As you walk into the yard, you see the shipwright making repairs to a damaged hole. She looks up at you briefly before turning back to her work. You must be the new fisherman. I can make improvements to your vessel in the yard. Mind you, I am not in the business of doing a favors around here. Payment is up front, and everything takes some time to install. Also, if you take on any damage from the rocks, or any damage at all, I can patch it up. Mostly. She shrugs and gestures towards the hull she's currently attempting to repair. A number of wooden boards, all well above the waterline, are splintered and scratched. Take a look around. Just remember, the bigger the equipment, the longer it takes to install. So plan ahead. So, wir haben auf jeden Fall hier schon mal rods als Anmerkung. Die kosten 75 und 150. Wir antworten ein, dürfen wir definitiv davon nur machen. Wir hätten auch nochmal hier unterschiedlichste Engines. Ist da irgendein Unterschied dabei zwischen denen? Offizier ist man nicht. Wir haben unter das Trollnetz erstmal gar nichts. Und ein Light. Wäre eigentlich auch nicht verkehrt. Leider können wir nicht alles machen. Wir mal ganz kurz gucken, was ist das offiziell? Das ist eine Coastal Basic Fishing Poe. Und damit könnten wir mit einem Simple Skimmer auch Shallow Waters machen. Und da ist dann halt die Frage, lohnt sich das schon? Fishing Speed plus 10. Das ist bloß 40. Hm, gute Frage. Wie wichtig ist Licht? Better than a candle? Just. Okay. Makes a decent effort at shining through the gloom. Ich könnte am Anfang erstmal überlegen, das gar nicht zu tun. Ansonsten finde ich es lustig, dass es dafür eine Install Time benötigt. Ich kann, achso, uninstallen muss ich dann gedrückt halten. Alles klar. Ich meine, man kann es natürlich probieren oder wirklich ernsthaft warten. Das ist eine der beiden. Also, wir brauchen aktuell nichts anderes. Deswegen, das wird da wirklich dann fest hingeballert. Mal sehen, ob wir das bereuen. So, und jetzt Research. Use parts to research and equipment. Researched equipment will appear for sale in shops. Okay. Hydraulic rod. Mechanically assisted reels allow to catch of significantly larger species. Hier brauchen wir zwei bei all denen. Hier haben wir... Catches abyssal und a hadal. I think, es sollte klar sein, da brauchen wir noch nicht so tief gehen. Ansonsten, man sieht, hier sind auch Verbindungen mit dabei. Die gehen also... Die Frage... Ne, den habe ich definitiv noch nicht. Flexible. A hybrid. Oho. Oho. Vielleicht hätte man das vorher wissen sollen. Dann hätte man das nicht machen müssen. Okay, dann machen wir erstmal das da. For sale. Genau. Das ist aber auch wirklich erstmal nur für Oceanic. Oceanic. Ich möchte dann wieder fragen, ob man jetzt wieder hier hoch geht. Oh, das Ding ist größer, als ich dachte. Okay. Und auch teurer, als ich dachte. Okay, okay. Dann halt nicht. Gut. Dann würde ich sagen, oh, wir könnten, wir wollten sogar jetzt noch Undock sagen. No. Oh, und man kann sogar Wake Up früher sagen. Also, wir sind nicht daran gebunden. Von mir ist vergleichbar mit Stardew Valley immer darauf zu warten, dass es 6 Uhr ist, damit wir erst wieder weitermachen dürfen. Okay, jetzt sagen wir aber Undock. Wir gucken einfach mal, was wir hinbekommen. So, E gedrückt halten wir das. Get a closer look and identify fishing spot at the distance. Loud horn. Make your presence known. Oh, interessant. Meine für jetzt würde ich trotzdem erstmal simpel anfangen wollen. Start fishing. Hooray. Die können wir jetzt auch kriegen. Sehr schön. Äh, Gulf Flounder. Und die Dinger sind natürlich gleich ganz schöne Horscher. Ich meine, für jetzt können wir erstmal das so machen. Aber auch hier wieder. Wir können natürlich zu jeder Zeit dann... ...wieder umdrehen, die verkaufen und dann weitermachen. ...wieder umdrehen. Okay. So, kleine Fischis, die werden einfach nur zwei langen sein. Genau. Ich meine, sonst recht seien jetzt erstmal so nur unsere Taschen damit zu füllen. Und da sieht man auf jeden Fall jetzt hier schon das Problem. Wir werden hier und da ein paar Ecken überhaben. Die wir vermutlich nicht gescheit füllen werden. Einen dürfen wir uns noch erlauben. Okay. Bin auch so frei, ich will jetzt nicht gucken, ob ich Sachen irgendwie umplatzieren darf. So, aber wir drehen einfach um. Hm. Das ist natürlich ernsthaft die Gefahr. So, ich will einmal darüber gehen. Einfach nur um zu sehen, was denn hier ist. The Lighthouse Towers above waves crash endlessly against the perilous rocks below. All creatures, humanant or otherwise, would have their brittle bodies broken and thrown at its feet. You ponder the intrinsic power of the structure, a vast column of stone shouldering the responsibility of countless lives. How long will it stand? How long until it decays into ruin, its purpose exhausts it? The Lighthouse Towers above. Okay. So, sind die neu aufgeploppt? Sieht schon fast danach aus. So, was willst du eigentlich von mir? Ach so, du zeigst mir nur an, dass es neue Fischi gibt, die man einlesen, angucken sich kann. Alright, whatever. So, wir haben noch ein bisschen Zeit. I had a special order coming through from a customer. If you can fulfill it, I will pay you above normal prices. Tell me about it. They ask for one gold flounder and one gray ear. Just bring them in when you have them. You will need to have a rod that can handle shallow water fish in order. Can handle shallow water fish. So, in order to catch those, the shipwright should be able to sort that for you. Have you got any fish for that order? Yes. Just leave whatever you have here. I will keep the order on ice. Okay. Also, einen von denen können wir hier schon mal rüberwerfen. Done. Alright, come back when you have everything. Now, to regular business A. You know. If you ever hunted for specific species, check your encyclopedia. It could have information you need. Okay, alles klar. So, wir machen aber noch weiter. Die Zeit haben wir nämlich noch. So, genau. Dann geht man jetzt eigentlich schon fast wieder rüber. Blue Macarelle, die sollten wir vermutlich nicht nachgehen. Der Star sollten wir nachgehen. All right. Start fishing. Oh. Ah, okay. Jetzt verstehe ich, was das Spiel von einem will. Und die sind natürlich auch richtig unangenehm von der Länge. Oh, voilà. Ja, die gefallen mir nicht, weil ich das nicht das Gefühl habe, dass die Zeit habe, um zu reagieren. Oh, wir haben schon 21 Uhr. Oh, das ist auch schon durch. Okay. Exposure to fog and other things increases your panic. Das heißt, also hier müssen wir jetzt schon mal anfangen, uns so ein bisschen auszuhelfen. Bright lines in sleeping will reduce it. Oh, ist der... Okay, das ist natürlich übel. Der Stein war wirklich nicht sichtbar. Erst als wir näher rangekommen sind, haben wir ihn wahrnehmen können. Das ist natürlich cool umgesetzt. So, have you got a fish? Yes, I do. The fishmonger wraps up the fish and hands you some money. Good, good. They should be pleased with these. I've got another order here. This one's a little more curious. They want a couple of squid and a whole black grouper. Don't see many people fishing squid these days. They only feed at night. And well, you know what nights are like around here. Good luck. Not all schools of fish are the same. Some contain abnormal specimens. Sometimes you can even tell just looking from the surface. Okay. Achso, das allgemeine Text. Den Rest nochmal verkaufen. Okay, good. Alles klar. Dann, äh... Äh... Die Frage ist halt, ob man halt... Ich frage mich, ob das da oben halt der Biken soll, wo wir dann Panik bekommen. You want the variety of tackle to catch all the fish out there? Make sure you're prepared for whatever you come across. Okay, ähm... Ja, das wird natürlich dann hier ulkig, weil wir den Platz dann irgendwann nicht mehr haben. So, ich würde natürlich ganz gerne... Äh, da oben ist das Geld. Warum nicht gleich das Bessere installieren? Das sollte helfen und eine Stunde nur dauern. Alright. Okay. Und dann würde ich mal sagen... Wir probieren unser Glück. So, ist das damit das richtige Licht? Yes. Man sieht es auch tatsächlich so ein bisschen weiter rausschauen. So, aber meine Frage ist, habe ich davon was? Okay, das ist schon ein Squid. Auch nicht Fonkhorn. Das Lighthorn. So weit wollen wir ja nicht raus. Wir müssen achten, hier ist irgendwo ein Stein im Weg. So, äh, ein Arrow-Squid. So, äh, ups. Ich dachte, ich hätte schon abgedrückt, abgelegt. Wenn du so lange ich darf. Depleted. Okay, gut. Wollte ich sagen, Schritt 1 ist gemacht. Bei Schritt 2 dürfen wir uns noch mal überraschen lassen. Was wir dafür tatsächlich sonst noch tun dürfen. Ist auch nur Nacht? Gut möglich. Oh, a hunched woman approaches you from the steps to the lighthouse. She stops some distance away and looks at you with concern and visible apprehension. Why are you here? I've come to fish. I've come to see the area. I've come to meet people. I've come to fish. There's nothing here for someone like you anymore. Do yourself a favor and move on. She turns and shuffles back along the path that leads to the light. Have you gotten any fish? Yes. So. Oh, zwei von denen sogar. Gut zu wissen. So. You can return to these items later. Done. Alright. You know. Have you seen that strange red light at night? It seems to be rising from the west. Oh, the mayor. What's up? Just the person I was hoping to see. Will you be sailing out east towards Little Mero? Would you gift this package to the dock workers, Depp, please? Sure. The mayor hands you a small, damn package bound in string. It's stripping slightly. The dock worker will pay you upon delivery. Please be quick about it. I don't want it to spoil. Don't forget to check your compass and map if you get lost. Okay. Aber ich sage einfach mal, rest geht hoffentlich in Ordnung. Aber wir gucken trotzdem mal ganz kurz. Pursuit. Ah, okay. Da sehen wir also auch noch aktuellen. Diese einen haben wir uns jetzt nicht angeguckt. Also der wird nicht mehr angezeigt. The only bite at night. Okay. Also das ist für beide die Idee. Alles klar. The map. So. Und wir müssen dort rüber. Also mit Antworten genau gegenüber. Das ist auch interessant zu sehen. Hier sind so ein paar weitere Punkte schon so ein bisschen, im wahrsten Sinne des Wortes, hervorgehoben. Die wohl vermutlich von Relevanz sein sollen. Alles klar. So. Dann. Ja, ich würde ganz gerne wirklich noch die eine Sache extra machen. Ich will aber trotzdem mal ganz kurz gucken. Okay. Jetzt werden hier tatsächlich alle Sachen zumindest von den Seiten her schon mal angezeigt. Klingt so ein bisschen doof, aber viele Spiele gehen ganz bewusst auch hin und machen das gerade eben nicht. Sondern man bekommt das erst, wenn es soweit ist. So, rest. Und und andock. Gucken wir einfach mal. Achso, wir sollen ja wirklich erstmal nur gegenüber. Dann werde ich erstmal alles andere ignorieren. Vielleicht kümmert man sich vielleicht erst dann um der Nacht, in der Nacht darum. Das ist das Spiel interessant, das können wir noch nicht machen. No. Die sehen interessant aus. So, hier versuche ich auch so ein bisschen vorsichtig zu sein. Nicht, dass wenn man da wirklich zu schnell selber gegenfährt oder zu spät F drückt oder wie auch immer, dass man dafür schaden nimmt. Hm? What? Delivery? Let's see here. He tears a small hole in the packet and peeks inside. You can't say for sure, but it feels as though he's shitting it from your view. Yeah, nice and fresh. This will do nicely. I'm... I'm to pay you. Nice boss. He hands you some money. I was given this old book a few weeks back. But it didn't make much sense to me. You will surely get more use out of it. He puts a crumbled book from his back pocket and hands it to you. A number of the pages are folded over. Keep it in your cabin. Perhaps you can read it while you're on the water. Stop by for a chat anytime. I know how lonely it can be. Okay, dann haben wir auch hier nochmal storage, aber auch trader option. You enter a brightly lit shop. It's packed with antiques. There's a shelf full of jewellery and other baubles. An old man peers at you over silver spectacles. Hello, is that... No, I don't believe you've met. Forgive me, my eyes aren't what they used to be. My special eyes and antiques and jewelry. I will purchase any special trinkets you have to have. Have you got anything nice with you today perhaps? No, no. And then, außerhalb von dem da, aber ich gehe mal nicht davon aus. Ist doch definitiv keiner dabei. Okay, dann dürfen wir mal überrascht sein, was das wiederum dann vielleicht in der Zukunft sein soll. So, wir wollen uns genau einfach mal auf den da stürzen und ich will nochmal gucken. Okay, das ist auch wieder nur Dredge. Ich muss mir überlegen, da hinten dann jetzt hinzufahren. Oh, das ist sehr eng. Oh. Oh, okay. Die fressen sehr viel Platz. Uff da. Jofi Court. Okay. Warum ist der in der Farbe angezeigt? Weil er halt ein seltener Catch ist. Oh, das missfällt mir, wie groß die sind. Es könnte also sein, dass wir jetzt hier eigentlich schon wieder umdrehen müssen. Oh, und das war es eh so oder so. Okay. So, ich hoffe, niemand nimmt es mir übel, dass ich jetzt hier aufs noch etwas freier Wasser mich begebe. Was ist da eigentlich? Ah, Kotz. Kotz, schwere Not. Sustainable Fishing on Shelf. I haven't read this yet. Select this active book. Pass time to read. Oh. Oh, okay. So, 21st August. Okay. We had a slight accident yesterday around the shallows at the back of Greater Marrow. Rock seemingly appeared out of nowhere and struck the front of the boat. It did not penetrate the hull, but it jostled us around and a few items fell overboard into the water. Oh, das ist ein Hinweis. We did not see what they were, which is some concern, but we believe all important articles are accounted for. He has been checking over some notes from the boat renaming ceremony. He is paranoid that he performed the steps incorrectly. I have never known him to be so superstitious. Okay. Okay. Lass ich mir nochmal gucken. Vom Cargo her ist das eigentlich nochmal ein schickes Ziel. Weil damit haben wir nämlich die Möglichkeit, ein paar dieser doofen Ecken zu füllen, an die wir nicht so einfach sonst Nutzen finden können. Fresh. Okay. Also da müssen wir einfach nur aufpassen. Aber solange wir, denke ich, regelmäßig Sachen verkaufen, ist es hoffentlich kein Problem darstellt. Okay. Ich glaube, ich kann das kaum besser spielen, außer noch einen weiteren zu fangen. Deswegen hier wäre natürlich schön und dann hätte man noch zwei Plätze für so simple Sachen frei. No, das wollte ich nicht. Gut. Dann würde ich sagen, uh, da hinten ist irgendwas Goldleuchtendes. Das sind so allgemein so ein paar interessante Sachen. Ach so, Dredge. Ja, Dredge, von dem kleinen bisschen, was ich von dem Spiel weiß. Da werden wir wirklich spezielles Equipment für brauchen. Und ich glaube, das ist einfach sowas wie ein Kran. So, wenn wir jetzt hier nochmal schnell die Möglichkeit hätten, simple Fische anzutreffen, ja genau, dann nehmen wir die doch auch gleich mit. Genau, dann haben wir nochmal zwei Slots, die hier mit gefüllt werden dürfen. Ja, und ich denke, es sollte auch klar sein, man sieht schon, dass der Balken für Fische größer und kleiner sein kann. Und das wird dann schon mal sagen, wie einfach, wo das logischerweise schwer das Ganze ist oder vermute ich auch wieder ein guter Mann. Uh, der hinten ist die Sonne einfach abgehauen. Dass man natürlich vielleicht besseres Glück, wenn man irgendwann noch braucht. Ja, jetzt wird es dunkel, jetzt kommt die Panik. Und was auch immer da hinten los ist. So, wir machen aber jetzt erstmal hier das eine. Fisch, Monga, genau. If you ever hunting for specific species, checker and set up, ja genau. So, und wir sagen einfach nur, sell for 200 and four. Weiß nicht, ob es da halt irgendwas dabei ist, außer Size. Weil, ja, das ist halt ungefähr 30 Zentimeter größer. No, 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 no. Ich muss schon die richtige Taste drücken. Step-adjust da, really? How are we not done, also? The mayor is walking quickly towards you, he seems to be in good mood with a spring in a step. Fantastic news, thanks partly to your effort. Greater Mero is growing. Our town is sure to be swarming with visitors any doubt, no. In fact, I have granted consent for the shipwright to expand her facilities, The old drydock is operational again. I have also allocated some money to improve the Fishermonger's services. You might have something to talk to you about soon. Keep up the good work. We are glad you have chosen to be here with us. The drydock. This is the drydock. We can make significant improvement to your vessel here. We are taking extra space, more attachment points for equipment and even superior hulls. We need a decent stock of hard materials for those project lumber, metal traps, that sort of thing. Finding materials will allow you to upgrade my vessel. How do I get materials? There is plenty of decent material around the coast, from various shipwrecks and the like. I am sure you will find a way to get at them. Materials assigned towards upgrades will be stored. So don't worry if you only have half of what we need. Broad space, net space, engine space, light space. Okay, aber genau. Da unten wird noch einige Zeit, was wir brauchen. Und davon haben wir so gar nichts. New hall, okay. Okay, es ist dunkel. Das ist das Letzte, was wir für den heutigen Teil machen werden. Wir wollen die Augen offen halten. Das sind wie das Squid. Irgendwas shiny, aber Dredge kann ich halt leider nicht mehr machen. That's a real problem. Damit Squid kann ich leider nicht anfangen mehr. Wir brauchen ja das andere Zeug. Oh, nebenbei haben wir schon angefangen, das zu lesen. Schön. Wir brauchen Pursuit. The Black Groper. Und das Ding war, glaube ich, zweimal zwei großes. Das ist also nicht tatsächlich, was wir hier einfach so finden dürfen, ey. Da hinten ist was. Was ist hier? Das ist auch nur das, okay. Dann probiere ich mein Glück an den. Bis wenn die es nicht sind. Ich nehme sie einfach mal vollständigkeitshalber mit. Oh, that's the Black Groper. Nice. Dann würde ich einfach mal sagen, wir fischen noch so ein bisschen. Oh. That's already it. Alright, alright. Gut, dann sollen wir das doch recht sein. Wir nutzen so ein bisschen noch unsere Chance, äh, unsere Zeit. So rum. Füllen unsere Taschen. Ohpala. Mal so ein kleines bisschen. Denn das Zeug scheint ja durchaus wert zu sein. Und dann aber, oh, das Auge da oben, es fällt mir, ja. Und dann würde ich sagen, das restliche Zeug geben wir dann tatsächlich erst beim nächsten Mal am Tag ab. Jetzt bedanke ich mich fürs Einschalten. Interessantes Start. Ich denke, man sieht vielleicht schon so ein kleines bisschen, wo das Ganze hinführen kann. Denn wir reden hier von Lovecraftian Horror. Wie genau das HZD aussieht, da werden wir vermutlich noch ein bisschen drauf warten dürfen. Jetzt bedanke ich mich. Habe schon mich. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann.